Hallo Freunde, ich total in Form, ihr total und alles und wir machen Packs auf. Bam, zack, auf geht's. Nummer 1. Ja, wir machen eine schnelle Runde, ne? Was soll ich groß labern? Ihr wisst, worum es geht. Es geht um Packs. Ja, dabei kann ich den Kollegen gar nicht gebrauchen, ne? Dann habe ich nämlich gerade vertickt für 700. Mehr war er nicht wert. Oder 750. Schalke-Wappen. Das, was wert ist? Ronny. Ronny stoße ich mal ab. Schon alleine, weil er ein Tor gegen Braunschweig geschossen hat. So, das ist die Strafe, Ronny. Auf zum nächsten. Von Percy. Na, das macht doch mal... Ey, jetzt realisiere ich das. Das ist ja von Percy, ey. Ich habe erst gedacht, das wäre so ein anderer Hafensänger mit 79er Stärke. Leck mich am Sack, ey. Ich habe es mal wieder total verpeilt, ne? Äh, ja. Ich denke, ich bin schon so krass drauf, dass ich mich über Frauen Persi nicht freue. Klar freue ich mich über den Sänger. Äh, was bringt es ja denn so hier? Eine kleine Gangster. Ja, das ist ja ernsthaft? Okay, ich wollte gerade sagen, nur 28 ist ja vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Ist realistisch. Krasser Scheiß. Ja, damit hat sich das Pack-Opening schon mal gelohnt. Unglaublich. Fun, Percy, ey. Den muss ich ja eigentlich mal ausprobieren, ne? Ich habe ja links Elia. Habe ich rechts irgendeinen Holländer? Hm. Ja, gucke ich mal. Das ist ja geil, ey. Fun, Percy, kommt rein und ich habe es nicht gereilt, ey. Okay, komm, speichern. Ja, da werden wir auch endlich mal belohnt hier, nachdem wir zahlreiche Scheiß-Packs gezogen haben. Mit diesem Ball hier natürlich auch, ne? Das ist, äh, das Zweitbeste im Pack hier. Freue ich mich riesig auch. Fuck, ey. Da kommt der Fun, Percy, um die Ecke, ey. Ja. Nice, nice. Tello, Mann, ey. Hatte ich nämlich auch schon 85 Mal in Packs. Ist das hier überhaupt? Z-M-O-F-Zum. Naja, Katze. Stockdale auch noch hier dabei. Stockdale, den könnt ihr euch mal, ne? Ausleihen. Ich gebe den frei. 1.450 haben wir noch. Mann, Mann, ey. Wer ist das denn? Jetzt habe ich gar nicht so schnell hingeguckt. Ach, Valero. Der ist, glaube ich, nicht wirklich was wert. Ulla hat einen schönen Passwert hier mit 86, muss ich ja mal sagen. Schießen kann er auch. Aber, sei mal realistisch, das ist wahrscheinlich nix. Gucken wir mal. Ja. Sein Wert wird nicht verstanden. Schade. Der alte, boah, ja. Wer ist das denn hier? Ricardinho, ey. Alle heißen was mit Dinho, ne? Ich nenne mich auch bald Amateurinho. So, Griffiths, mit Tempo, ist natürlich auch immer sehr begehrt. Bringt aber trotzdem nur 500. Schade. Da haben wir hier noch ein Bordeaux-Wappen doppelt. Das brauchen wir nicht. Gebe ich mal frei für andere, die es nicht brauchen. 1.300 Punkte noch. Ja, komm, mach auf. Mach auf den Apparat hier. Wer war das? Na, passend kommt hier noch der Snyder. Aber, scheiß Liga, ey. Der Snyder ist kein schlechter. Von den Werten her auch nicht. Aber, wo soll ich den einsetzen? Das ist schwierig. Was haben wir hier noch? Oh, Chelsea-Trikot. Das hebe ich mal auf. Weiß nicht, ob das noch was wert ist mittlerweile. Aber versuchen kann man es mal. Und das Emirates-Stadion haue ich in eine Tonne. Komm, eins mache ich noch auf. Vielleicht ist ja Vampirzi nochmal drin. Santana. Oh, was ist das denn hier? Ede. Alter Gangster. Der Ede war doch was wert, oder? Was sagt denn der Ede? Ede sagt, naja. Tausender mit Glück. Aber gut. Für einen Silberspieler. Nehme ich mit. Ja, haben wir jetzt genug gesehen. Zwei Silberkarten in einem Goldpack ist unglaublich. Alter, was ist das denn für ein Kollege? Der guckt immer böse, ey. Wir haben sie bestimmt aufgenommen, wo er gerade verloren hat. Okay. Die Russen haben eh die geilsten Trainer, ne? Ohne Scheiß. Ja, Kollegen. Wir haben hier einen schönen Van Persie. Vielleicht kriege ich den irgendwie mal eingebaut in mein Team. Und wir haben hier noch 1000 Punkte, die heben wir uns auf fürs Nächste. Und ja, Letzte will ich nicht sagen. Aber das Letzte von diesen Points. Und dann gucken wir mal, was da so passiert. Ich sag erstmal Tschüss und bis bald. Macht's gut.